Hallo, hier bin ich. Hallo, willkommen auf der kleinen Bäreninsel. Willkommen bei Peter Robinson Lustig. Verlacht mich, ich hab wirklich vor, hier eine Weile zu leben wie der alte Robinson. Es soll ein richtiger Abenteuerurlaub werden. Absolut nix los hier auf der Insel. Kein Mensch, kein Haus, kein Kino, kein Supermarkt, keine Disco, nix. Ein richtiges Robinson Crusoe-Gefühl. Das Wichtigste hab ich ja dabei. Werkzeug, Konservendosen, Kaffee, was zu lesen, naja, was der Mensch so braucht. Wasser krieg ich von der Quelle da drüben. Und ich hab genügend Gas für den Campingkocher für die nächsten drei Wochen. Danach nämlich holt mich ein Boot wieder ab. Bis dahin aber will ich von der sogenannten Zivilisation nichts hören und nichts sehen. Ich will leben wie ein Urmensch. Ohne Zeitung und ohne moderne Technik. Aber es ist ja auch irgendwie spannend. Denn so kann man mal rauskriegen, was der Mensch wirklich braucht. Also ich zum Beispiel, ich habe, ich habe kein Radio mit und kein Fernseher. Nur meine Armbanduhr. Ich muss ja wissen, wann das Boot mich wieder abholt, nicht? Na nun, das gibt's doch wohl nicht. Die, die ist stehen geblieben. Die steht. Ausgerechnet hier und jetzt. Aber das ist eine echte Herausforderung an einen Robinson. Ja, der muss Probleme lösen, um zu überleben. Ja, der muss reparieren können. Und notfalls muss er auch eine Uhr auseinandernehmen können. Wollen wir mal sehen. Was kann denn da kaputt sein? Und wie funktioniert so eine Quarzuhr überhaupt? Naja, ich habe mal zugesehen, wie Quarzwecker zusammengebaut wurden. Das ist ja sicher dasselbe. Da wurden ein paar Zahnräder montiert. Gar nicht mal so viele. Dann war da noch eine Spule. Vielleicht so eine Art Motor. Ja, dann kam ein Deckel drauf. Und, äh, aber Moment. Was treibt denn diesen Motor an? Ah, diese Dingerchen hier, hm? Naja, da ist natürlich was Elektronisches drin. Ein Chip. Ja, ein Computerchip. Rausgepickt aus so einer Siliziumscheibe. Auf der Tausende davon aufgebracht sind. Dieses ganze Computerchen ist nur so groß wie ein Fliegendrick. Aber Sie können gut rechnen, diese Vinzilenquadrate. Erstmal kriegen Sie goldene Beinchen, die Verbindungsdrähte. Und damit sind Sie dann verbunden mit einem Quarz, diese silbrigen kleinen Röhrchen hier. Ein Quarz nun kann mit etwas Elektronik drumherum sehr schnelle Impulse erzeugen. Zigtausende pro Sekunde. Und das Computerchen in der Uhr, das winzige Quadrat oben längst, berechnet dann die Sekunden daraus. Einen Impuls pro Sekunde. Der treibt dann einen Motor an, der seinerseits, ja, die Zeiger dreht. Was dann auch drankommt, ist dem Quarz egal. Ja, ich hab mir jetzt was gedacht. Die Uhr ist in Ordnung. Aber die Batterie ist leer. Ja, ohne Power läuft nun mal nix. Und natürlich weit und breit kein Batterieladen. Naja, Pech gehabt. Muss ich eben ohne Uhr leben. Aber was soll's? Ich wollte ja sowieso fast wie ein Steinzeitmensch hier wohnen, nicht? Und der hatte ja auch keine Uhr. Erst später, die Mönche in den Klostern, die mussten ja zu ganz bestimmten Zeiten arbeiten oder beten. Die hatten dann Uhren. Später dann kriegten die Kirchtürme Uhren. Damit die Leute wussten, weil sie in die Kirche gehen sollten. Naja, ich dagegen. Muss nicht arbeiten. Und ich muss auch nicht beten. Wozu brauche ich eine Uhr? Außerdem, man hat doch die Zeit irgendwie im Gefühl, nicht? Man hat doch eine eingebaute Uhr. Eine biologische, sozusagen. Naja, irgendwie weiß man schon, wie spät's ist. Schon allein, weil's regelmäßig hell und dunkel wird. Ja. Wenn's dunkel ist, schläft man am besten. Uah! So einen Wecker braucht man doch eigentlich gar nicht. Der Körper weiß selber, wann er was am besten macht. Bei Nacht erholen, träumen, verdauen. Und dann am Vormittag volle Energie. Jetzt kann man am besten arbeiten. Am frühen Nachmittag dann eine kleine Siesta. Abschlafen. Und das alles wird gesteuert von der Sonne. Nicht nur bei Menschen. Auch bei den Tieren. Die haben auch ihren Rhythmus. Die wissen genau, wann es Zeit ist zum Wachsein und zum Schlafen. Ganz ohne Wecker. Pflanzen haben auch keine Uhr. Trotzdem wissen sie, wann sie die Blüten öffnen müssen. Das ist wichtig, denn die Insekten, auf die sie erlauern, die fliegen nur zu bestimmten Tageszeiten. Die Pflanzen wissen auch, wann sie die Blüten wieder schließen müssen. Und nicht nur das. Sie wissen auch, wann sie überhaupt blühen müssen. Pflanzen haben doch keinen Kalender. Trotzdem wissen sie, wann Frühling ist, wann es Zeit ist, Früchte zu tragen oder die Blätter fallen zu lassen. Der hier weiß auch, wann es Zeit ist, die Nüsse für den Winter zu verstecken. Das Kaninchen weiß einfach, wann Frühling ist. Dann bringt es Junge zur Welt. Genau dann, wenn es auf den Wiesen genug zu fressen gibt. Das ist gutes Timing. Und die hier wissen auch, ohne Fahrplan und Kalender, wann die Reise gen Süden losgehen muss. Der hier weiß gar nichts. Er verschläft den ganzen Winter. Aber er wird pünktlich aufstehen. Ganz ohne Wecker. Soll ich nur aufstehen? Oder kann ich noch eine Runde schlafen? Vielleicht ist es schon zu spät fürs Frühstück. Womöglich müsste ich schon Mittag machen. Meine biologische Uhr ist anscheinend stehen geblieben. Oder sie klemmt. Nee, also, so geht das nicht. Der Mensch muss doch wissen, wann es Zeit ist zum Frühstücken. Man muss sich doch den Tag einteilen. Einteilen. Ich bräuchte irgendwas. Hey, das ist es. Das ist es. Der Schatten da. Das ist doch eine Uhr. Schon die alten Kriegen sagten doch, wenn dein Schatten drei Fuß lang ist, ist es Zeit zum Mittagessen. Mittags ist ja der Schatten am kürzesten. Und gegen Abend wird er immer länger. Das weiß jeder. Aber das Irre ist ja, der Schatten wandert auch. So wie die Sonne am Himmel wandert und einen Bogen macht, so macht auch der Schatten einen Bogen auf der Erde. Ja, der Baum ist eigentlich eine große Sonnenruhe. Aber was sage ich dir? Die ganze Erde ist eine riesige Sonnenruhe. Das kann ich euch beweisen. Das hier soll mal die Erde sein. Und hier ist jetzt der Nordpol. Ja, und da haben wir unten den Südpol. So. Wenn ich nun auf den Nordpol einen Keks stecken würde, also eine große, runde Scheibe. So. Und wenn ich darauf jetzt auch noch ein Zifferblatt malen würde. Ja. So. 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 Und so. Und da ist die 12. Ja. Dann hätte ich eine sehr genaue und sehr große Uhr. Eine Sonnenuhr. Ja. Denn die Erde dreht sich jetzt unter dem Schatten durch. Ja, seht ihr? Es ist jetzt genau 3 Uhr. Ja, nun bin ich ja aber leider oder Gott sei Dank nicht am Nordpol, sondern auf der kleinen Bäreninsel. und die ist ungefähr hier. So. Ja. Wenn ich jetzt mein Zifferblatt hier hin stecke, dann, äh, ja, dann geht die Uhr falsch. So geht es nicht. Nee. Ich muss das Stückchen anders montieren, nämlich so. Ja. Das muss parallel sein zum Nordpol. So. Ich glaube, dann geht sie wieder. Richtig. Die Uhr. Ja. Ja. Na, drei Uhr. Ja. Ja, wenn das so einfach ist, dann baue ich mir doch eine Sonnenuhr. Ne? Einfach eine runde Scheibe und ein Stückchen, was noch Norden zeigt. Oh, oh. Da gibt es ein kleines Problem. Wo ist Norden? Ich habe ja kein Kumpass dabei. Aber da habe ich auch eine Idee. Ja. Ich warte jetzt einfach, bis die kleine Bäreninsel sich in den Schatten gedreht hat. Also, bis es dunkel geworden ist. Dann suche ich mir nämlich den Polarstern. Der ist ganz einfach zu finden. Ihr kennt doch Sternbilder. Das hier ganz bestimmt. den großen Wagen. Wenn man die Hinterachse ungefähr fünfmal verlängert, steht da ein ziemlich heller Stern. Der Polarstern. Das ist ein ganz besonderer Stern, denn er steht genau im Norden. Den werde ich anpeilen. So. Ja. Ja. Bis der Ast genau auf den Stern zeigt. Und dann werde ich schlafen gehen. Am nächsten Morgen weiß ich dann genau wo Norden ist. Nämlich da. Ja. Und dann kann ich mir eine Sonnenuhr bauen. Eine Uhr, die ich nicht aufziehen muss und die keine Batterien braucht. Ja. Ja. eine Präzisions Sonnenuhr. Wenn ich mehr bauen. Ich weiß ja jetzt wo Norden ist und der Rest ist ein Kinderspiel. Das hier ist das Zifferblatt. Ich habe da nur Moment, gleich zeige ich es euch. Ja. Ich habe da nur die eine Hälfte gezeichnet von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends. Hier oben, das wäre die Nacht, da geht es ja sowieso nicht. Ja, sehr hübsch. Jetzt kommt der Schattenstab. Da nehmen wir einfach einen Bleistift. So, durchgesteckt. Und, äh, ach ja, hier unten stetigst noch abschneiden. Dann steht sie besser. Meine Uhr. So. Schön, ne? Fertig. Na ja, das Wichtigste kommt ja jetzt. Das Aufstellen. So eine Sonnenuhr geht ja nur genau, wenn sie an der richtigen Stelle steht. Und diese hier, die muss genau nach, ne? Nach Norden zeigen. Ja. Einmal muss die Richtung stimmen, ne? Das kann man ja mit dem Kompass rauskriegen. Aber auch dieser Winkel muss stimmen. Und der ist in Afrika ganz anders als, sagen wir mal, in Dänemark, ne? Und das ist übrigens der Breitengrad, an dem man wohnt. Das kann man ja im Atlas nachkucken, ne? Ich habe es ja nun einfach. Ich muss hier den Schattenstab, also diesen Bleistift, nur ausrichten nach meinem Ästchen hier. Und das zeigt er genau zum Polarstern. Ja. Na, ich glaube, so kommt es hin. Das kann man ein bisschen verschieben hier. So. Moment. So. Na, komm. Bleib stehen. Ja. Ja, so müsste es stimmen. Wollen wir mal sehen, ob sie geht? Hey, sie geht. Es ist. Ui, schon so spät. Fast elf Uhr. Zeit für ein kleines zweites Frühstück, ne? Der Mensch muss doch was essen. Ja. Und danach lege ich mich noch ein bisschen hin. Ja. Wie spät ist es denn? Wieso? Also, die Sonne ist weg. Wie lange habe ich denn jetzt geschlafen? Womöglich ist es schon morgen. Ich meine, womöglich habe ich eine ganze Nacht lang durchgeschlafen. Oh, dann käme ich ja ganz durcheinander mit meiner Kalenderstrichliste. Ja, ich muss die Tage zählen. In genau drei Wochen werde ich doch wieder abgeholt, ne? Nee, also, der ideale Zeitmesser ist meine Sonnenuhr noch nicht. Steht so oft. Ich müsste mich unabhängig machen von der Sonne, um die Zeit zu messen. Was ich bräuchte, wäre, ja, eigentlich ein Tick-Tack. Etwas, was sich immer wieder holt. Sozusagen ein kleines Stückchen Zeit, das man zählen kann. Ich habe sowas im Gepäck. Moment. Ja, meine Eieruhr. Geht genau fünf Minuten lang. Und zwar mit Sand. Damit hätte ich doch schon mal so ein festgelegtes Stückchen Zeit. Natürlich bin ich nicht der Erste, der auf diese Idee kam. Sanduhren gab es schon vor Urzeiten. Größere als meine Eieruhr. Da sieht man richtig, wie die Zeit verrinnt. Nein, das ist keine Eieruhr für Straußeneier, sondern eine alte Wohnzimmeruhr. Reiche Leute hatten sowas. Lief ungefähr eine halbe Stunde. Es gab sehr schöne Modelle. Glasbläser und Goldschmiede taten, was sie konnten. Aber all diese Uhren hatten einen Haken. Man musste sie immer wieder umdrehen, wenn der Sand durchgelaufen war. Eine sehr frühe Stoppuhr. Ein Glas für die Viertelstunde und eins für die halbe. Mehr oder weniger. Trotzdem, die ewige Umdreherei ging den Leuten auf den Keks. Und deshalb gab es die Kerzenuhr. Jeder weiß ja, je länger die Kerze brennt, desto kürzer wird sie. Braucht man nur noch die Stundenzahlen dran zu malen. Die ollen Chinesen verbrannten ganz langsam Rauchpulver. Das Loch, aus dem es gerade qualmte, zeigte die Zeit an. Sie kugelten überhaupt sehr gerne. Hier verbrennt langsam ein Räucherstäbchen und irgendwann fallen Kugeln in eine Schale. Zeit zum Aufstehen. Das hier sind alte Öllampen. Die leuchten aber nicht nur. Sie können auch die Zeit messen. Ja, denn der Ölpegel sinkt ja langsam. Es ist jetzt genau vier Uhr. Ach, ich glaube, ich lasse es. Diese Art der Zeitrechnung ist zu mühsam. Ich werde erst mal frühstücken. Ein leckeres Frühstücksei gekocht in frischem Quellwasser. Ach, wie gleichmäßig das läuft. So wie der Sand in meiner Eieruhr. Hey, könnte man da nicht vielleicht auch eine Uhr draus machen? Eine Wasseruhr, sozusagen. Schon die alten Ägypter. Nee, wirklich im Ernst. Sie hatten Wasseruhren. Der Wasserstand zeigte die Zeit an. Und er veränderte sich dauernd, denn Wasser lief aus einem kleinen Loch aus. Wenig, aber stetig. Das war das Prinzip aller alten Wasseruhren. Wasser lief langsam von einem Topf in einen anderen. Und der Wasserstand, der Pegel, im unteren Topf oder auch im oberen Behälter markierte dann die Zeit. eine schöne Uhr. Eine schöne Uhr. Noch eine Uhr. Kein Blumentopf. Hier tropft langsam das Wasser hinein und der Wasserstand hebt sich. Innen sieht man die Striche. Es gab aber noch viel schönere Wasseruhren. Hier weint ein Kobold still vor sich hin und seine Tränen fallen in ein Gefäß, heben auf der anderen Seite eine andere Figur hoch. Und die zeigt dann die Zeit an. Viertel vor sieben. Na bitte. Was die euren Chinesen konnten, das kann ich schon lange. Meine Konserven, Dosen, Wasseruhr geht genau, ist umweltfreundlich und braucht keine Batterien. Nur tröpfchenweise Wasser. Und das läuft von hier oben in die kleine Dose hier. Da war Gulasch drin. Nach exakt einer Minute wird die umkippen, das habe ich gecheckt mit der Eieruhr hier. Wird die umkippen und das Wasser läuft in die Dose da drunter. Die ist dann nun größer. Da war drin Linsenheimdopf. Nach exakt einer Viertelstunde jetzt wird die auch kippen. Das wird gleich soweit sein. Schon wieder eine Viertelstunde vergangen. Ist doch eine ganz annehmbare Uhr, ne? Man könnte jetzt noch ein Zifferblatt dazu basteln und hey, was ist denn da los? Das läuft ja nicht mehr. Ein Blatt bringt mir ja die ganze Zeitrechnung durcheinander. Das kann ja nun immer wieder passieren und so gesehen ist meine Erfindung noch nicht ganz ausgereift. Dass es gleichmäßig fließen muss, das ist nicht so günstig. Was ich bräuchte, sind kleinere Zeitabschnitte, nicht? So ein Tick-Tack. Ja, genau sowas. So sahen die ersten Räderuhren aus. Wasser, Sand und Öluhren, das war doch alles nichts. Viel zu ungenau. Man brauchte eine gleichmäßige Bewegung. Ja, so wie diese hier. Ein Waagebalken. Der schwingt hin und her, weil er regelmäßig einen Schubs kriegt. Von der Hemmung hier, dem Eisenstückchen. und das wiederum lässt das große Holzrad sich immer ein Stückchen weiter drehen und damit auch die Zeiger. Später hinkt da auch noch was anderes. Statt des Waagebalkens gab es das Pendel. Ein Pendel schwingt nun mal sehr gleichmäßig, also wird auch sehr gleichmäßig ein Rad weiter bewegt. Und damit andere Räder und damit letztlich auch die Zeiger. Das hier ist eine alte Kirchturmuhr. Sieht man sehr schön das Pendel. Eine schöne Maschine. Die hier auch, nur wesentlich kleiner. Und statt des Pendels hatten diese Taschenuhren eine Unroh. Eine Spiralfeder, ein hin- und herschwingender Metallring und wieder eine ganze Menge Räder. Die Uhr hier konnte was ganz Besonderes. Pass mal auf. Eins, zwei, drei, eins, sechs, neun, eins, zwei, eins, neun, neun, Das ist 9.55. 5.10 Uhr. Stimmt's? Ja. Stimmt. Überhaupt. Ihr glaubt ja gar nicht, was man mit so alten Räderwerken und Pendeln alles machen kann. Das ist bis jetzt Zwischen zwei, drei, vier, vier. Das war's. Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig. Ja, das kommt hin. Das hier ist ein Sekundenpendel. Wenn man den Faden einen knappen Meter lang macht, dann schwingt dieses Pendel einmal exakt in einer Sekunde hin und her. Ganz egal, was unten dran hängt. Ja, das war die Idee. Mit so einem Pendel kann man die Zeit zerhacken in kleine, gleichmäßige Abschnitte. Damit hätte ich schon mal eine prima Stoppuhr. Aber brauche ich nicht. Was ich wirklich brauche, ist eine Räderuhr. Aber sowas Kompliziertes kann ich mir ja auf der Insel hier nicht bauen. Ist auch gar nicht nötig. Ich habe ja noch meine gute alte Quarzuhr. Eigentlich komisch, nicht? Die zeigt die Zeit immer noch so an, wie eine alte Kuckucksuhr. Nämlich analog. So wie die Sonne am Himmel läuft, so läuft auch hier der Zeiger. Wenn er läuft. Aber ihr wisst ja, ich hatte doch die Schwierigkeiten mit der Batterie. Sie laufen nicht. Aber ich habe mir geholfen. Ich habe das Problem gelöst. Hier. Wenn man nämlich in eine Apfelsine einen Silber draufsteckt und etwas Aluminium, ich habe hier Haushaltsfolie genommen, dann hat man eine Batterie. Die ist ein bisschen schwach, aber es langt für so eine Uhr. Ja, und wenn man zwei davon nimmt, dann geht das schon. Wollen wir mal sehen. Ja. 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 Da. Bitte. Ich glaube. Ja. Sie geht. Na? Toll. Oh oh. Schon so spät. Höchste Zeit zum Abschalten. Ja. Na? Ihr wisst schon. Tschüss.